Hey, this gate looks like the one I saw before near the healing spirit, but naturally it can't be a safe passage, as my oh-so-wise mentor told me recently, there is no safer passage to reach the mine, to open the gate blade. Okay, machen wir mal das Gate hier auf, dass wir hier auch quasi wieder hin und her switchen können. So. Was ich da sehe, möchte mir nicht gefallen, ne? Was ich da sehe? Er hat mir gesagt, die Oracle muss etwas an der Köchte liegen. Ich werde eine Art und eine Richtung suchen. Schau, Zira, da da ist ein some-lags ebenso-tesis. Vielleicht führt er zu der Oracle. Aber es ist zu weit. Ich kann das nicht wegkunt. Ey, da ist eine Röpe hier, die es entlanggeräte. Mal gucken, ob ich mich auf die Kleidung stehe. ok ja ist das geil äh hallo äh willst du mich jetzt verarschen oder wie ach so äh Inventar warte mal F6 ach so die legt er automatisch an ok ausgerüstet 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 ah ok und die Schlüssel hat man auch noch mit Inventar so ich würde allerdings gerne irgendwie da hinkommen ne geht doch und nochmal dadurch durch Bäm Na guck mal an was wir da gefunden haben zero look another box oh die box that box contains the spirit of death hehehe if that were true you wouldn't have warned me okay then let's talk to it I just have to mimic you foolish mortal how dare you supplant me foolish mortal how damn you and your words ah wir bringen ihn glaube ich noch so richtig zur weißglut ne huh Kapla I am a servant of Harnikon he sent me here because you have something to offer me I am pirates the pure spirit of fire I will be honored to grant you the secrets of flame to grant you my knowledge I must forge it in the same manner that mortals forge metalmen I will need the tools of the smith to carry out this task I need you to obtain the following items the essence of red magic many creatures bear this essence it is the power of flesh and blood bring me the essence of 20 creatures the anvil symbol of strength and resistance the anvil is punished with every strike of the hammer yet emerges unscathed wood a great fire coaxes iron into surrendering its form bring me at least 30 wooden planks wind as heart beats give strength to the warrior soul and muscles the continuous pulse of a good bellows fans the flames of fire a hammer the hammer is the hand that sculpts the tool that brings shape to life the arm that bends the incandescent mass to its will find the hammer of the blacksmith you can recall this quest whenever you want in menu quest okay ähm ich sag's mal so ne das ist ne riesige einkaufsliste die uns der jetzt gegeben hat ich bin ja mal gespannt wie lange wir für das brauchen werden um die einkaufsliste abzuarbeiten ne so ich muss da rüber I need a lift und drei stunden später der raufzug ist immer noch nicht da no oh shit äh nö ich möchte nicht nach unten und mich jetzt wieder warten bis der aufzug hier ist bäh okay dann warten wir kurz dann warten wir kurz so ähm und was ich euch noch sagen wollte ne das ist mir gerade noch so eingefallen das müsste jetzt Part 6 oder so sein glaube ich ähm ich werde ähm dieses game hier ein bisschen oder was heißt ein bisschen ich werde das ding gut im voraus aufnehmen also Minimum für eine Woche denn ihr wisst ja selbst ne im Moment mit den Livestreams mit der Zeit ne möchte ich euch äh doch wieder täglich Videos auf meinem Kanal bringen denn rüber so das ist schon mal gut dass wir hier stehen denn so wer bist du denn wir brauchen ja mal Licht wir brauchen ja mal Licht antaro a dune are you the great oracle mmmm das ist meister Yoda hahaha hahaha haha haha hahaha haha Du mich verwechseln tust, oh man. Es ist Joghurt. Oh man, das Spiel ist noch fertig. Du siehst, ich weiß nicht genau, was meine Mission ist in diesem Kastel. Ich meine, ich weiß nicht, was muss ich machen, denn in dieser Hallucination haben wir den Inn und den Hütten, der mir erzählt. Hallucination? Du denkst, dass deine Leben hier eine Hallucination ist? Natürlich. Ich spielte ein RPG-Games mit meinen Freundinnen, und plötzlich kam hier in diesem Kastel. Diese Böse haben eine Art Drogen in meine Mäste. Keine Mission ich kenne, junger Paderwan. Die Regale du reinigen musst. Was? Reinigen deine Ziele? Was sehe ich als, eine Maid? Also, für einige Coins, ich spiele. Wenn Coins du obtainst, deine Mission werde ich zeigen. Sonne von Böse, und er will zu werden! Fuckin' Greedy Oracle! Das ist so, nicht epic. Nioh nicht bezahlt, und er hat nicht zu tun, wenn er zu sehen, wenn er seine Oracle ist. Und er war gefordert. Oh mein Gott, ist hier, ist hier Yoda, ne? Oh mein Gott, ist hier, ist hier Yoda, ne? Oh mein Gott, jetzt darf ich auch noch Putze spielen. Okay. Oh mein Gott, ich muss das jetzt gucken, wenn er die Mäste ist. Oh mein Gott, ich muss hier... Was? Das kann nicht wahr sein, was ich nicht! Harnakon? Du mein Gott dieser Kastel? Ja! Der Meister und der Herr dieser Kastel ist Harnakon. Okay, got it. And where can I find him? In the top of the tallest tower of this castle his dwelling is. And how can I get there? Guardians first you must kill. Their keys you must obtain. The gates of Harnicon the keys will open. Boss monsters, check. Plot coupons, got it. What else can you tell me? Vigilant shadows you must avoid. Possession you must avoid. The capacity to subvert your will they possess and cloud the greatest of minds they can. Don't worry, I already met one. As soon as he saw me he asked for mercy and ran away like a frightened mouse. Liar! Fantastic! Good luck in your mission, young stranger. Okay, see you. I have the feeling that this midget has scammed me, but at least now I know my objective. You believe the lies of this sixpenny charlatan? Can't you see that he took advantage of you? Hmm, I don't know. I'll see what happens. Plingeling! Quest abgeschlossen. So. So. Äh. Okay. So, an einmal bitte hier lang. Oh nö, oh nö, hier. Warte mal, haben wir nicht wieder, ähm, was zu verteilen? Ne, haben wir schon. Okay. Geh doch nach oben! Ach du Schande, ich sehe hier gar nichts. Wie mache ich das denn, ne? Ich würde gerne mal was ausprobieren. Oh, was ist denn das? Hier! Friss! Friss! Ähm, wir brauchen... Oh, das ist ja auch nice, wenn man hier ein bisschen näher hinzoomen kann, ne? Oh, ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe! Ach du Schande! Okay. Dann muss ich definitiv anders lösen, ne? Mann, 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 Mann. Ach, da bin ich, okay. Jetzt ist natürlich die Schlange auch wieder da, ne? So, dann müssen wir mal ein bisschen hinzoomen hier. So, ich müsste die doch eigentlich anvisieren können, ne? So, dann müssen wir mal hier wechseln. Na! Ein Blasebalk? Ach, den haben wir schon mal, okay. Perfekt. So, dann gehen wir mal hier hoch. Hauen wir... ...dem... ...eine... ...auf die... ...Fresse! Hier! Ein leichter Speer. Oh, das ist ja der Ambus. Okay. Oh, wir brauchen hier definitiv mehr Licht. Na, es ist ja sowas von schweinedunkel. Streitkolben. Streitkolben, Streitkolben, Streitkolben. 48 Schaden. Macht auch 48 Schaden. Äxte Stufe 1. Äh, und die hier macht 28 Schaden. Wobei ich die eigentlich auch bräuchte, ne? Aber die machen halt fast keinen Schaden, nicht, ne? So, ähm, wie könnte ich das jetzt am besten lösen? Äh, zack. Nein. 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 Boah, ich hoffe echt, ich kriege mal wieder ein paar Pfeile, ne? Rote magische Essenz. 16 Stück. Richtig gut. Kampfstreitkolben. Ohohoho. Was steht da mit dabei? Geh, 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 geh. Was, was, was? Geht's dann mal hier nach unten, ne? Puh. Okay, der Streitkolben Stufe 5, der macht hier schon gut Schaden, ne? Oh, das hier nochmal, oder wie? Streitkolben des Waldhüters. Okay. So, äh, wie mach ich die Monster jetzt am besten platt, ne? Ist jetzt ne gute Frage. Boah, das war, das war, das war richtig knapp, ne? Äh. So, komm mal her. Du guckst grad nicht zu mir. Ha! So, von hinten angreifen ist immer noch das Beste. Und ich wollte hier schon fast weiterlaufen, ne? So Leute, ähm, ich werde aber jetzt hier ne ganz kurze Aufnahmepause machen, ne? Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Unepic. Unepic. Unepic.